Wo ist er? Läufst du schon? Ja. Weißer, ja, ich glaub schon. Der Weiße. Der Weiße, ja. Und, go. Ich zieh da voll. Es ist super easy. Das ist gut, doch. Das ist gut, doch. Oh. Boah, da sind wir raus? Ja. Nein. Nimm nicht, nimm nicht. Das ist die erste Runde, aber bis jetzt ist es ganz gut gelaufen. Ja. Ich versteh nicht, wie du... Was sehr hilfreich für mich war, ist immer, dass du versuchst, du hast das Kreuz, und du bist immer drauf, genau. Jetzt versuch mal wieder näher rein, genau. So, und jetzt lass ich bisschen Futter. Ja. Ich zitter wie Sau hier gerade. So schön. Das reicht, gell? Ja, und nix. Ich muss mal gucken.